Einfach kann jeder oder ist er Mr. Right von Cornelia Schäfer Vorwort, was bisher geschah Nach über zehn Jahren in einer oftmals unglücklichen Ehe und einer anschließend katastrophalen Beziehung hatte ich, Nadia Sommer, mit Mitte 30 vor einer wichtigen Entscheidung gestanden. Was erwartete ich vom Leben? Sollte ich es alleine bestreiten oder mit einem Partner auf Augenhöhe? All die Probleme einer alleinerziehenden Mutter am Nacken, den täglichen Stress und die vielen Kilos auf den Rippen hat mir das Gefühl gegeben, nur ein ungeliebtes, reizloses Arbeitstier zu sein. Doch aufgeben existiert in meinem Wortschatz nicht. Mit viel Energie, einer großen Portion Selbstironie und Sarkasmus meisterte ich meinen gemeinsam mit meinem Sohn Tim und Kater Rolli den Alltag. Zum einen hatte ich die Wohnung auf den Kopf gestellt und zum anderen den zwar ungeliebten, aber sicheren Job gekündigt. Nur die nahezu wöchentlichen Mädelsabende mit meinen Freundinnen Anita und Bianca hatte ich mir nicht nehmen lassen. Zufällig hatten wir drei hierbei eine Zeitschrift mit dem Titel Jeder Top findet einen Deckel entdeckt. Nur wenige Tage später hatte Bianca ohne mein Wissen ein erstes Plein Date arrangiert. Ein absolutes No-Go. Aber wie so oft in meinem Leben hatte letztendlich meine Neugier gesiegt. Thorsten war zwar nett, als Partner kam er jedoch nicht in Frage. Doch einmal auf den Geschmack gekommen, folgten weitere teilweise chaotische Treffen mit unterschiedlichen Männern. Hierbei reifte mir die Erkenntnis, dass Männer oft viel verzweifelter nach einer Frau suchten als Frauen nach Männern. Nicht einer der Männer hatte sich an meinen überflüssigen Pfunden gestört. Denn völlig gleich, ob ich mich mit Thorsten, Udo, Kai oder Jan getroffen hatte, jeder dieser Männer konnte es kaum erwarten, mich wiederzusehen. Aus einer alleinerziehenden Mutter, die mit Männern gedanklich bereits abgeschlossen hatte, war über Nacht eine Frau geworden, die sich nach vielen Jahren endlich wieder begehrenswert fühlte und diese Selbstsicherheit auch ausstrahlte. Bei meiner Suche war ich immer wieder auf einen gewissen David gestoßen. Ihn hatte ich auf der Datingseite zwar unter Favoriten abgespeichert, jedoch aus eigenen irgendeinen Gründen zuerst nicht kontaktiert. Eines Tages hatte ich es gewagt und ihn frech, wie ich ihm war, angeschrieben. Noch am selben Abend war unser erstes Treffen, bei dem sich David statt einer Begrüßung gleich einen Rüffel anhören musste. Einmal mehr hatte ich mich dadurch selbst in eine absolut peinliche Situation gebracht. Doch David hatte sich von meiner offenen, direkten Art nicht vertreiben lassen. Zum Abschied hatte er es gewagt, mich keck auf die Lippen zu küssen. Dieser eine kleine Kuss hatte genügt, um mich komplett aus der Bahn zu werfen. Beim zweiten Date hatte ich beschlossen, David durch verrückte Aktionen auf den Zahn zu füllen, in der Hoffnung, dass er hierdurch das Interesse an mir verlieren würde. Zwar wollte ich einen Partner, doch gleichzeitig zögerte mein Innerstes vor diesem großen Schritt und einer erneuten Enttäuschung. Doch David meisterte alle Herausforderungen mit Bravour. Damit hatte ich niemals gerechnet. Mein Gefühlsleben geriet völlig durcheinander, sodass sich die mir selbst auferlegten Hürden übersprangen und mich Hals über Kopf in das Abenteuer David stürzte. Kapitel 1 Gibt es eine gemeinsame Zukunft? Was hatte ich mir selbst fest vorgenommen? Mein Leben nie wieder von einem Mann bestimmen zu lassen, das war der Plan. Doch wie so oft in meinem Leben war ein Plan nur dazu da, um auf den Kopf gestellt zu werden. Weshalb also nicht auch ein Liebesding? Seit Davids verlängerten Wochenende waren inzwischen drei Wochen im Vergangenen. Als ich es nicht mehr für möglich hielt, da klopfte das Glück an die Tür. Nein, es schlug regelrecht die Türe ein. Im Sturm hatte David nicht nur mich, sondern auch meinen Sohn Tim, meinen Dad, Freundin Gabi und bisher jede Person, die ich ihm vorstelle, erobert. Noch immer fragte ich mich, warum alles in der Welt war dieser Kerl Single? Hätte nicht im Grunde genommen jedes weibliche Wesen hinter ihm her sein müssen? Und was gefiel ihm ausgerechnet an mir? Er sah gut aus, konnte zuhören, akzeptierte von der ersten Minute an, dass es mich nur im Doppelpack mit Tim gab. War mitunter charmant, gleichzeitig frech, rachte mich zum Lachen und nicht zu vergessen, wir hatten unglaublichen Sex. Nie in meinem Leben, nicht einmal zu Zeiten vor meiner ersten Ehe, hatte ich so oft und so guten Sex. Ja, ich weiß, das war nicht das Wichtigste, aber wir sind mal ganz ehrlich, es kann auch nicht schaden. Ich, die Frau, die sich für dick, unansehnlich und viel zu kompliziert hielt, hatte tatsächlich einen Partner auf Augenhöhe gefunden. Einen, der, wenn es nötig war, mit der Faust auf den Tisch schlug, wenn ich oder mein oftmals verrücktes Teufelchen übers Ziel hinauszuschießen drohten. Es ergab mir mein Selbstwert, Selbstvertrauen und den Glauben an die Liebe zurück, zeigte mir, dass eine Partnerschaft nicht nur aus Geben bestand, in der ich am Ende den Kürzeren zog und auf der Strecke liegen blieb wie ein Auto ohne Sprit. Statt morgens mit einem Stupser von Katerolli geweckt zu werden, startete ich mit einem Kuss von David in den Tag. Die Schmetterlinge in meinem Bauch flatterten wild herum und David schien es ebenso zu ergehen, wie er mir immer wieder bestätigte. Trotz all unserer bisherigen Erlebnisse gaben wir unsere Liebe eine Chance, ohne Wenn und Aber, ohne Bedingungen. Lediglich zweimal waren wir beide in diesen Wochen bei ihm zu Hause, um Kleidung und persönliche Dinge abzuholen. Ansonsten lebte er bei uns und für morgens und fuhr morgens mit dem Zug zur Umschulung nach Stuttgart. Nahm, ohne sich einmal zu beklagen, einen einfachen Fahrweg von eineinhalb Stunden statt der bisherigen halben Stunde auf sich. Oft kam es vor, dass er mit gefüllten Einkaufstaschen am Bahnhof auf mich wartete und sich nach einem langen Tag in die Küche stellte, denn eines seiner Hobbys war das Kochen. Dies kam mir sehr entgegen. Natürlich hatte ich jeden Tag für Timo mich gekocht, aber Spaß machte es mir nicht. Stundenlang in der Küche zu stehen und dann alles innerhalb von zehn Minuten zu verspeisen, das würde ich nie verstehen. Bei mir ging es meistens ruckzuck, denn der Tag hatte schließlich nur 24 Stunden und es gab Schöneres, als in der Küche zu stehen. Während David kochte, nahm ich mir Zeit für Tim, den Haushalt und alles weitere, was so anstand. Die Abende, nachdem Tim schlafen gegangen war, verbrachten wir gemütlich zu zweit und genossen hierbei jede Minute. Ja, ich war mit David glücklich und schwebte im Moment auf Wolke sieben. Aber noch immer traute ich der Sache nicht. Zu groß war meine Sorge, wieder an einen Typen wie den Ex-Arsch geraten zu sein. Bei ihm hatte ich zu Beginn ebenfalls fest daran geglaubt, dass er der Mann für mich wäre. Kaum hatte ich jedoch die rosa-rote Brille abgesetzt, bekam seine Fassade nicht nur Risse. Nein, sie stürzte komplett in sich zusammen. Nie wieder wollte ich mich daher auf mich selbst verlassen, sondern David von Menschen, die mir nahe und wichtig waren, begutachten lassen. Noch immer suchte ich nach dem Haken bei diesem Mann, denn es schien einfach alles zu perfekt zu sein. Bereits beim allerersten Treffen hatte David erlebt, was es hieß, sich mit mir einzulassen. Was passieren könnte, wenn ich beim Teufelchen nicht unter Kontrolle hatte, sondern ihm freihand ließ. Jeder andere Mann hätte am Bahnsteig die Flucht ergriffen, um sich nicht mit einer völlig irren Frau und all ihren Problemen abzugeben. Doch nicht David, er war geblieben und saß in diesem Moment neben mir im Wagen. Wir hatten geplant, in aller Ruhe im großen Supermarkt einzukaufen und waren bereits auf dem Weg. Da schoss mir ein Name durchs Gehirn. Rosi. Wie lange hatte ich sie nicht mehr gesehen? Es mussten inzwischen gut drei Monate sein. Warum nicht einen kleinen Abstecher bei ihr einlegen? Ich begann so beiläufig wie möglich. Schatz, ich fahre mal einen kleinen Umweg, mir kommt da so eine Idee, geht auch ganz schnell. Okay, zu wem fahren wir dieses Mal? Fragte David kopfschüttend. Shit. Er hatte mich wieder einmal durchschaut. Nur zu Rosi. Ich habe sie schon ewig nicht mehr gesehen, antwortete ich so unschuldig wie möglich. Rosi und ich lernten uns 1995 beim Informationsabend des Kindergartens kennen. Erstaunt saß ich damals auf meinem Stuhl ihr gegenüber und schüttete ungläubig den Kopf über die Fragen der Helikoptereltern. Meine Mutter hatte seinerzeit wissen wollen, ob ihre Tochter zu Hause bleiben dürfte, wenn sie leicht hustete oder sich nicht wohlfühlte. Das klang für mich, als nehme ich sie an, der Kindergärten wäre etwas Schlimmeres für ihren Spross und sie versuchte, ihr Kind davor zu beschützen. Eine weitere Mutter hatte gefragt, ob sie Ersatzkleidung hinterlegen sollte, falls ihr Sohn sich beim Spielen im Garten schmutzig machen würde. Was um alles in der Welt ging nur in den Köpfen dieser Eltern vor. Es schien für sie ein großes Problem zu sein, ihre zartbeseiteten Kinder in die Freiheit eines Kindergartens zu entlassen und so die komplette Kontrolle abzugeben. Ein Vater hatte verlangt zu erfahren, mit welchen Messern die Kinder zum Beispiel Äpfel schneiden würden, denn er befürchtete, seinen Sohn könne ich hierbei einen Finger verlieren. Mit völlig trockenem Humor hatte ich gefragt, wie sie, wie, sie machen sich Sorgen wegen Messern? Ich dachte, mein Sohn dürfte eine kleine Bohrmaschine mit in den Kindergarten bringen. Ist das denn nicht erlaubt? Die Gesichter der Eltern waren so wunderbar gewesen. Innerlich hatte ich mir vor Lachen auf die Schenkel geklatscht, hatte ihn jedoch angesehen, dass einige mit dem Gedanken gespielt hatten, das Jugendamt einzuschalten. Denn sie hielten es der Zeit für ihre Pflicht, meinen fast dreijährigen Sohn aus einem unerbar unverantwortlichen Haushalt und von diesem Rabenmutter zu befreien. Einzig Rosi hat mich angegrinst und sich hineingelacht. Alle Mütter der angemeldeten Kinder waren ausschließlich Hausfrauen. Rosi und ich bildeten auch hier die Ausnahme. Sie war stellvertretende Filialleitung eines Discounters und ich stand damals kurz vor der Eröffnung meines eigenen kleinen Ladens. In unserer Gemeinde mit fast nicht ganz 5000 Einwohnern war es noch immer gang und gäbe, dass die Männer das Geld nach Hause brachten. Die Frauen kümmerten sich wie bereits seit Jahrhunderten einzig um Haushalt und Kinder. Wir beide waren somit zwei absolut exotische Wesen und wurden von allen anderen skeptisch betrachtet. Nachdem der Elternabend beendet war, sahen wir uns grinsend an und beschlossen, um uns besser kennenzulernen, auf einem Absacker in die Pizzeria zu laufen. Seit damals waren neun Jahre vergangen. Unsere Söhne besuchten gemeinsam den Kindergarten und später die Grundschule. Wann immer es möglich war, trafen wir uns und nicht nur die Jungs wurden zu Freunden. Vor etwa drei Jahren hatte Rosi mit ihrer Familie ein Haus in einer anderen Gemeinde gebaut, wodurch wir uns nicht mehr so oft sahen. Doch völlig gleich wie viel Zweit zwischen den einzelnen Treffen verstrich, immer wenn wir uns wieder begegneten, hatten wir das Gefühl, genau an dem Punkt unseres letzten Besuches anzuknüpfen. Fast so, als sei es erst gestern gewesen. Rosi war mit meiner Vergangenheit, mit dem Ex, all meinen damaligen Problemen und dem Plan, allein zu wohnen, vertraut. Im Moment hatte sie nicht einmal den Hauch einer Ahnung, was auf sie zukam, als David und ich an diesem Samstagvormittag an ihrer Tür läuteten. Es wäre denkbar gewesen, dass wir sie nicht zu Hause antrafen, denn ihr Job beinhaltete oft Samstags Arbeit. Doch wir hatten Glück. Nach dem zweiten Läuten hörte ich sie hinter der Haustür schimpfen und grinste amüsiert. Ja, ja, ich komme schon. Immer langsam mit den alten Pferden. Sie öffnete die Eingangstür, sah mich mit großen Augen an und fiel mir voller Freude laut jubelnd um den Hals. David stand etwas verlegen daneben. Beobachte das Ganze zuerst still, räusperte sich dann aber leicht. Und mittelbar ließ Rosi von mir ab, knifft die Augen zusammen, musterte ihn von oben nach unten und wieder zurück. Hallo, ich bin Rosi und wer bist du, junger Mann? richtete sie sich mit ihrer offenen, direkten Art, die ich so an ihr mochte, an David. Hallo, mein Name ist David und ich bin der Freund von Nadja, antwortete er freundlich lächelnd und streckte seine Hand entgegen. Beim Blick auf Rosi lachte ich los. Ihr Mund stand sperrangelweit offen, wie ein Scheunentor in ihrer Augen wuchsen auf die Größe von Tischtennisbällen an. Aber nicht ein Ton kam über ihre Lippen. Ich denke, wir sollten erstmal alle hineingehen, versuchte ich, Rosi ins Hier und Jetzt zurückzuholen. Die Ferngestalt trat sie zur Seite und ließ uns ins Haus. Im Wohnzimmer sah ich die geöffnete Terrassentür und forderte David auf, draußen eine zu rauchen. Ich wollte zuerst mit Rosi unter vier Augen reden und sie aus ihrem Schock befreien. In der Küche angekommen, hatte sie ihre Worte wiedergefunden und drängte. Okay, was... Bitte habe ich alles verpasst, dass du hier mit einem Mann auftauchst, der sich als dein Freund vorstellt und wie lange, bitte, haben wir uns nicht mehr gesehen? Es dauerte lediglich fünf Minuten. Danach hatte ich sie im Schnelldurchlauf auf den neuesten Stand gebracht. Sie unterbrach mich zweimal kurz, um eine Frage zu stellen, hörte ansonsten den Bericht mit großen Augen und gerunzeter Stören aufmerksam zu. Meine Erzählung endete mit den Worten »Und hier bin ich nun auf dem Weg zum Einkaufen, um dir David vorzustellen«. Rosi schüttete den Kopf, lachte und sagte »Nadja, man könnte fast meinen, dass wir uns ein Jahr lang nicht gesehen hätten. Du bringst es wirklich fertig, mich sprachlos zu machen. Wie kann ein Mensch nur so viel Chaos in so kurzer Zeit anrichten und dann mit einem Mann hier bei mir vor der Tür stehen, als sei nichts gewesen? Du bist so eine Nummer!« Ja, sie hatte recht. All das, was sich in den letzten sechs, sieben Wochen in meinem Leben ereignet hat, klang total irre. Und wie in einem Mega-Zeitraffer zusammengefasst. Jedem Drehbuchautor einer Daily Soap würde man maßlos Übertreibung unterstellen und ihn entlassen. Doch genau so hat er sich alles zugetragen. Und du bist dir wirklich sicher, dass es nach dem Ex-Arsch eine gute Idee ist, wieder einen Mann bei Tim und dir wohnen zu lassen? fragte sie mich mit besorgtem Blick. Er weiß das schon. Aber im Moment fühlt es sich richtig und gut an, erwiderte ich schulterzuckend. Auch Tim mag David sehr und alles Weitere wird die Zeit zeigen. Sollte es schief gehen, fährt David wieder zurück in seine Wohnung und das war's. Zudem, was glaubst du wohl, warum ich heute hier bin? Damit ich einen Blick auf ihn werfe und meinen Senf zu ihm abgebe. Schlussfolgerte sie klug wie immer. Ganz genau. Und nun lass uns zu David gehen, stupste ich sie an. Mit drei Kaffeetassen in der Hand traten wir hinaus auf die Terrasse zu David, der uns lächelnd empfing. Wie ich erwartet hatte, entwickelte sich ein offenes Gespräch mit viel Gelächter und die Zeit flog nur so dahin. Zwischendurch zwinkerte Rosi mir zu. Somit wusste ich auch, den Test bei ihr hatte mein Freund bestanden. Beim Blick auf die Uhr erschrak ich, denn inzwischen war es halb zwölf. Ich entschuldigte mich, um auf die Toilette zu gehen. Wieder zurück meinte ich, dass wir fahren müssten, um noch einzukaufen. Aber ihr kommt in den nächsten Wochen mit Tim zum Grillen vorbei. Sascha wird sich garantiert freuen, ihn wiederzusehen, meinte Rosi. Versprochen. Ich rufe dich nächste Woche an. Dann weiß ich, wann Tim die Wochenenden bei seinem Vater ist und wann bei mir. Wir finden dann bestimmt mal samstags oder sonntags einen Termin, versprach ich ihr. Zum Abschied hielt Rosi mich fest und flüsterte mir ins Ohr. David scheint echt nett zu sein. Auch denke ich, er weiß, auf was er sich mit dir einlässt. Ich wünsche dir alles Glück der Welt, denn du hast es dir verdient. Er drückte sie etwas fester an mich, schaute ihr anschließend tief in die Augen und sagte, Danke und bis bald. Schon saßen David und ich im Auto und brausten davon. SeCo rolls Tade 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 curios